Ja doch, du kommst rein. Wir fangen nochmal ganz von vorne an hier. Diesmal sind es ja nur wir beide. Wir beide! Christopher, du und ich und Pinky. Oh nein. Und diesmal will ich hoffen, dass es hier mit diesem Glücksrad gab. Ich habe diese Erweiterung, also das wäre jetzt echt eine geile Sache. Ja. Okay, es gibt es nicht. Warum? Juhu! Muss man da extra eine Einstellung machen? Tchaka! Boah, ich bin total raus, ne? Ja komm, ich hatte es auch schon lange nicht mehr gespielt. Ich komme jetzt auf die ganze Knappe nicht mehr klar. Was ist das denn? Hä? Ich weiß nicht, was ich da gerade geworfen habe. Irgendwas Neues war das. Ich glaube, war das ein Ball? Eine Bombe? Was war das? Können wir das bei einer erklären? Was war das? Oh, ich habe nicht vergessen zu laufen. Nicht vergessen zu laufen. Nein! Oh Mann! Und meiner spackt immer noch an dem Seil rum. Ich dachte, das wäre so langsam mal vielleicht in Ordnung. Juhu! Na verdammt! Nee! Ah! Nee! Komm schon! Nein! Ach, warum spackt der denn immer da rum? Oh Mann! Da, guckt euch das doch mal an! Du sollst doch ganz normal laufen, wie ein normaler, gesunder Hirsch! Wie ein normaler, gesunder Hirsch! Da! Guck! Ball! Ball, Ball! Telefon! Telefon! Verdammt! Was ist das? Guck dir das an! Der Feuerball, oder was das war? Ja! Das ist total geil! Nein! Oh verdammt! Nein! Oh verdammt! Pff! Ne! Ne! Oh! Nein! Fuck! Ah! Was? Das ist egal, Christoph! Das ist egal! Ja! Danke! Ja! Da hast du auch ein bisschen rumgespakt. Ein bisschen. Ein bisschen muss jeder mal. Ja, nimm alles mit. Nimm es mit. Es kostet nichts. Ich hab's gemerkt. Boah. Der war fliegt. So, dann machen wir mal hier umgucken. So. Dankeschön. Dankeschön. Ja, ist in Ordnung. Dankeschön. Ich würde jetzt ganz gerne mal gucken. Irgendwas stimmt doch hier nicht. Hä? I want to do Glücksrad. Irgendwie. Hä? Oder kommt das nur manchmal? Okay, wir machen mal noch ein Level. Und wenn das nicht da ist, dann versuchen wir mal in den Einstellungen irgendwas zu bewirken. Ich will das Glücksrad. Wo bist du denn hin? Was? Du bist weg. Wie? Ich bin weg. Du bist weg. Äh. Gester. Wo bist du denn? Wo halten sie sich auf? Keine Ahnung. Ja, wo stehst du denn? Ja, wo stehst du denn? Ich war grad wieder in dem Hauptmenü. Ja, warte. Dann brechst du die Runde ab. Wo ich den Charakter auswählen kann. Ich hab's gefunden. Ich hab's gefunden. Ich edit dich jetzt mal gerade. Merdy, Merdy. wo ist Pinky? Wo ist Pinky? Ach, da ist Pinky. Ja, ich will nicht Pinky sein. Hier unten kann man jetzt einfach mal alles auswählen. Und das wird mit tun. Wenn du endlich mal dabei bist. Keine Ahnung. Jetzt noch bei der Auswahl wieder. Charakter. Komm Christoph. Ja. Komm zu uns. Komm, play with us. Ich hab zu viel Shining gesehen. Bin ich wieder mit irgendwelchen anderen Killchen hier? Warte mal. Pass auf. Geh noch mal raus. Bist im Menü? Ja. Dann edit ich dich jetzt nochmal. Tschack. Hast du es gekriegt? Ja. Ich bin wieder alleine jetzt. Na jetzt? Jetzt bist du da. Such dir schnell einen aus. Ja, der kann ich sein. Ja. Wieder zu alt bewerten zurück. Ja. Wunderbar. Und jetzt müsste es auch funktionieren mit dem Glücksrad. Ja, versuchen wir jetzt nochmal das zweite Level. Zweite Level, Christoph. Ja, genau. Ja, mit der Ruhe. Jetzt gehts los. Jetzt wirds spaßig. Und Raketenrunde. Heißt, alle Items sind Raketen. Und gleich drei Stück davon. Oh, ja. Oh, Mann. Das wird echt wehs. Hehehe. Und dann gehts los. Ich hab schon drei. Hehehe. 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 Das ist so toll. Ich weiß nicht. Das gefällt mir so gut. Ich bin schon das Hirsch mit dem Gewehr. Dann muss ich auch welche schießen. Muss ich irgendwas schießen können. Fuck. Christopher, was machst du denn da hinten? Ich versuche aufzuholen. Hehehe. Hehehe. Verdammt. Eintrückchen mal auf den Haken. Der Haken, mein Junge. Der Haken. Ja, darfst du dir den Haken an der Sache vergessen. Was soll ich? Irgendwo ein Haken. Hehehe. Pinky zerstört sich. Nein! Nein! Hehehe. 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 Was für eine Killerrunde, ey. Das ist... Hehehe. So, Kartoff. Es ist mir Zeit, dich zu verlassen. Nein, 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 nein. Hehehe. 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 Nein! Ach, hör auf mit den Scheißkisten. Nein, spring! Hehehe. Ah, ich hab doch schon viel zu lange nicht mehr gespielt hier. Komm rein, los. Komm rein, kannst du da rausgucken. Ich hab Raketen. Ich auch. So, Christoph. Tschaka! Was ist das denn? Nein! Nee, 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 nee. Oh, was ist das? Hast du das gesehen? Hast du das gesehen? Ja. Warum rutscht man da weg wie ein Beklopter? Oh, toll. Nein! Hehehe. 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 So. Jetzt aber. Danke. Mein Gott, was für eine lange Runde. Ich dachte, das wäre viel schneller jetzt vorbei. Das ist immer noch nur Raketen? Ja. Das bleibt jetzt. Das ist komplett Level. Ah, okay. Das ist das Raketen Level. Raketen Minion. Raketen. Nein! Ach, verdammt. Das verletzt sich schon selber. Ah! Okay, Pinky ist raus. So. Ah! Was war das denn? Ach komm, bei dir war es nicht halb so schlimm. soo. Neh. the shib, et ah! Und jetzt springen, springen, springen. Nene ne 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 ne. Ach, verdammt nochmal. Für solche Lieder habe ich schon nicht genug Alkohol drin. Christoph. Ich hab hier drei Freunde, die dich unbedingt kennenlernen wollen. Was? Nein, Christoph. Christoph, das lässt sich über alles reden. Christoph. Guck mal, wir sind Arbeitskollegen. Zwischen uns passt kein Blatt Papier. Nein, 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 nein. Okay, geht doch. So. Oh, verdammt Kisten. Weißt du, das ist dieses Problem. Wenn man erster ist, dann sieht man die Kisten nicht. Ja. Das ist aber dein Problem. Verdammt, falsche Taste. Nein. Nein. Was rutscht denn immer weg? Ach, Christoph, warum gönnst du mir nichts? Ja, Christoph, hör auf, dich selber so fertig zu machen. Danke. Danke. Okay, nächste Runde. Money, 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 money. Oh, Mann, das mit diesem Glücksrad, das ist echt geil. Ja. Und wir haben, wir haben, was ist das? Ich hab keine Ahnung. Speed Rapture? Was? Ich hab nicht so schnell lesen können. Was war das jetzt? Ich hab keine Ahnung. Wir werden es sehen. Ach, es regnet Raketen! Geilstes Spiel ever. Oh, Mann. Nee, jedes Spiel, das gefällt mir von mal zu mal besser. Oh, man kann die auch zurückfeuern. Hast du gesehen? Nein. Ach, wie schön, dass niemand weiß, dass ich Rumpelhainzchen stieß. Was? Nein. Was? Was soll das? Nein. Diese Runde hier, das ist geil. Das gefällt mir echt gut. Warum kriegst du nicht so was ab? Ich kann. Ja, ja. Das muss auch mal gewinnen. Nee, 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 nee. Ach, Pink ist schon weg, ja. Nö, 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 nö. Was soll das denn? Hä? Was soll das denn jetzt? Ich weiß es nicht. Guckst du in der Aufnahme? Was ist das gewesen? Was hast du getan? Christoph, was hast du getan? Ich hab keine Ahnung. Ich bin einfach gefallen. Weg bei. Christoph, du weißt, wer fällt, der kann noch wieder aufstehen. Siehste, jetzt bist du ordentlich aufgebaut. Aufgebaut. Jetzt kann es weiter gehen. Auf in die nächste Runde. Ich bin gleich viel off. Viel besser. Verdammt, Mama, ist das mit den... Was? 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 So. Nee. Nee, 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 nee. Wuhuuu. Nein. Aber ich glaube, man darf nicht auf die Stacheln fallen. Das ist echt nicht. Ja, das sollte man nicht. Okay, dann nächste Karte, Christoph. Nächste Karte. Weißt du, Stacheln sind eine ganz miese Sache. Ja. Komm, jetzt haben wir jetzt nochmal Raketenrunde. Oh ja. Raketen. Ich mag das. Einfach nur so... Einfach nur unendlich viele Raketen. Das ist... Das ist Spaß. Nein, Christoph! Nein! 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 Na... Warum kam die denn her? Nein! Ich hab mich! Oh, Mann! So. Was hättest du nicht tun sollen? Glaube ich auch, ja. Nein, Pinky. Tu's nicht. Pinky! Pinky! Wir haben schon so viel zusammen durchgemacht. So. Nein! 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 Oh! Pinky ist wieder ein bisschen doof. He he. Nee! He he he. He he he. Juhu! Boah, das war knapp. Boah, das war echt knapp. Feuer! Juhu! Juhu! Pinky macht das irgendwie viel geordneter. Ah! Nein! Ja! Ich hab auch mal gewonnen! Verdammt! Christopher, heute ist dein Tag. Nein! Nein! Spring! 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 Fuck! Oh, scheiße! Nein! Oh! 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 He he he! Wenn man so viele Raketen hat, hat man das Bedürfnis, die einfach an unmöglichsten Orten abzufeuern. Oh ja. Da, wo man es sonst nie tun würde. Oh ja. Ach, warte. Du lebst ja noch. Aha! Nein! 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 Ja, durch den Himmel gefeuert, Christoph. He he he! He he he! He he he! He he!